Hallo und herzlich willkommen zum fünften Tag der Micro Woche. Ich bin heute nicht alleine und ich habe Eisenschwert und schöne Rüstung. Nehme ich heute mit dem Soxplace. Hallo, komm doch mal mit. Hast du eine Waffe? Ja, ich hatte einen Steinschwert. Und schwer zu erkennen, spielen wir heute eine Runde 64er SG im Team. Wo bist du hin? Du bist... Ich bin hier auf dem Baum. Gut. Da, sehr schön. So, und wir dachten uns, hey, ich bin auch immer so lovely, lovely alone, lonely alone. Und hier in der Minecraft Woche und habe immer Quick SG gespielt. Und dann dachte ich mir so, 5 Minuten Videos, hey, komm, ich gönne den Abonnenten mal hier mal was Längeres und demnach mal eine 64er Runde. Geh, so axi! Da kann man nichts machen und so. Was willst du machen? Ja, das ist... Der Typ hat auch einen Channel, da kann man ja natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Wie viele sind es jetzt? 30 Abonnenten? 34 meine ich gerade. Was mir gerade fällt, ich gehe den Fallschirm hoch, den Gleitschirm. Gut, und ich gehe mal hier auf der Insel. Und ich fahre die ganze Zeit fast runter, Alter. Du warst dann auch late. Du musst wissen, der Rico ist sehr gut im PvP. Wenn ich das mal so sagen kann. Aber ich war schon mal besser, beziehungsweise meine Gleitschirm. Ich habe eine Hose für dich. Ich habe einen Bogen. Ich habe die letzte Zeit eben nur GTA gestellt. Die letzten... Wie leidig hast du es jetzt? Seit zwei Tagen und ich habe seitdem ich GTA... Seitdem ich... Wo bist du? Ich bin gerade auf dem Bötchen. Festland. Okay, jetzt bin ich... Ich habe mir auch schon GTA gekauft. Ich muss mir nur noch von Ricos Festplatte mal ziehen. Also, das geht jetzt falsch, ne? Wo bist du? Ähm, ich komme gerade vom Boot. Du bist über die Seehaußen gejumpt zu der... Da, ich sehe dich. Okay. Dann chill ich mich mal auf bei die Achterbahn links. Ähm, ich habe eine... Jeder hat sich fertig. Naja, wir treffen uns noch. So, ich bin dann bei der Achterbahn. Wir hatten auch bei ihm ein sehr, sehr großes... Also, sehr großes ein Video gemacht zum Drachenlord-Thema. Das ist ja auch gut viral gegen hier. Ich habe eine Eisenachs für dich. Oh, gut, danke. Ich kümmere mich hier mal um den hinteren Wald. Blick da auf den Boden, wenn du kommst. Oh, und da ist es ein Spieler in der Nähe. Ein Spieler in der Nähe? Hast du einen Kompass? Ja, ich habe zwei Kompasse. Oh, Kompasse. Komp... Was ist das denn mehr? Kompasse, Kompeln? Kompeln? Ne, ich glaube, es ist wirklich Kompasse. Oh, hart, 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 hart. Ja, es ist... Es, äh, muss man akzeptieren zwar, ne? Du bist, ähm, rutschen gegangen, oder? Rutschen... Ja, ich bin auf der Wasserrutsche. Und loote hier. Dann komme ich mal zu dir. Wenn du einen besseren Hanisch für mich hast, dann... Sag's mir. Au. Ich habe mich überschätzt, aber es ist okay. Ich wäre ihm fast draufgegangen. Einer der Herzen. Ich darfst du noch an die Leite springen. Ich bin im Pool. Hallo. Bist du die Erste, hast du aufgehoben? Die liegt da. Hast du Pfeile? Ich, ja... Ne, ich habe die aber was für dich. Ich habe einen Kompass, danke. Doch, ich habe drei Pfeile. Habe ich schaust du, ne, hast du gar nicht. Oh, ich habe doch... Oh, das ist ein... Das war eine Kettenhose. Im, ähm... Hast du einen Angeln oder sowas? Ne, leider nicht. Das ist mal mich traurig. Denn ich würde gerne angeln, hier in der Wasserrutsche. Da unten ist da Natur. Ähm... Ah, noch einen Bogen. Hast du schon einen Bogen? Ja, ich habe schon einen Bogen. Okay. Aber du kannst besser Bogen schießen. Habe... Entschuldigung. Du kannst besser Bogen schießen, so. So, ich entferne dich mal vom Kompass. Dann können wir nämlich besser die Gegner suchen. Gut, und ich halte dich dabei damit. So. Gut. Da ist der nächste Gegner. Ahoi. Brause. Oh, da ist du. Hm. Ich denke, der ist da oben. Ach, wie erst sind wir dann nach unten gegangen. Du kannst doch hier einfach die Treppe laufen. Nö. Doch. Hm, hm. Nein, das ist uncool. Coolen Boys machen das krass. Nämlich Bergsteiger, die coolen Boys. Jetzt musst du so ein Bild von einem Bergsteiger hinblenden. Ja, das mache ich. Sogar zweimal jetzt. Und jetzt dreimal. Hey, hey. Schau mal, was ich gefunden habe. Eine Walkbench. Bench. Eine Walkbench. Eine Walkbench. Eine Walkbench. Eine Walkbench, Alter. Eine Walkbench. Von Bench. Bench, Bench, Bench. Alter. Oder schönes Wort, Bench. Du weißt nicht, ich habe einen Stick und einen Diamanten. Das muss schick so sein, hier bei der Walkbench. Du hast nicht zufälligerweise noch einen Diamanten. Und ich brauche hier, ich brauche hier etwas zum Puden. Zum Puden, hier. Ups. So. Geil, jetzt habe ich meinen ganzen Grab wieder eingesammelt. Das ist natürlich großartig. Ich bin der König der Welt. Willst du sterben, wenn ich dich jetzt nähe? Komm. Auf geht's. Auf geht's. Dafür sind wir jetzt den Scheiß hier hochgegangen. Komst du looten? Wir gewinnen das übrigens. Wollte ich nochmal so anmerken. Es sind nur fünf Spiele und wir haben keinen Pill. Auf, come on. Nice. Nice. Hier können wir nicht hoch, oder? Nee. Ach, weil... Passt scheinlich. Können versuchen. Da gibt es immer so. Ja, scheiß drauf. Unten durch. Auf, auf. Boobst. 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 Das wäre vielleicht auch interessant zu wissen. Ja, ich habe einen Steinschuh. Äh, vielleicht war eine über 10 Spiele. Ich habe eine Kettenhose für dich. Das ist natürlich angenehm. Schon die ganze Zeit mitgenommen. Aber ich glaube, die ist genauso stark wie die Goldhose. Äh, die Goldhose ist ein halben Herz. Also ein Rüstungshalben. Ja, tatsächlich. Früher ist das, äh, der Goldhose ist genauso gut wie die. Gar nicht. Ja. So, jetzt lassen wir einen Gegner suchen. Ähm, ja. Das sind zwar gerade so... ...an das deckt, aber... Na gut. Dann kannst du mir die Spinnenweben geben. Ich weiß schon. Das wird dir hier, ich habe noch eins. Ich kann ein bisschen... Da war ein Feuerzeugspast. Gucken wir hier. Oh, da ist ein Angel. Die habe ich gesucht. So, da nehme ich eine Holzschwelle in die Hand. Richtiger, schundlicher Hase. Obwohl, nee, äh, 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 Goldschwelle sieht billiger aus. Du bin ich, das war's, ja. Aber ich... Du bin das auch gerade so ein Swag-Texture-Pack, oder? Ja. Was bin das denn? Ich finde... Ich finde das Goldschwelle sieht der richtig geil in einem Texture-Pack aus. Swag? Hm. Hast du die Hofe? Ja, okay. Hast du Schuhe? Ich habe gar keine. Ähm, nein, leider nicht. Also... Ich glaube, die Zentral ruhig. Vor allem so... So kann man denn keine Rosenberg bauen. Hey, da liegt der... Da liegt Ska... Alter, was liegt hier für Skaff? Äh, Skaff. Ihr liegt Skaff, Alter! Der liegt Skaff! Wir sind Eisenschuhe für uns. Unser Skaff. Vor allem eine Eisene Hose. Wir haben immer noch keinen Game, wir sind gleich im Deathmatch. Hahaha. Äh, die bessere Schuhe finde ich ist die nicht, dürflicherweise. Moment. Ich habe die eingesammelt. Ich habe das so schreit mit dem Mikro vor der Fresse. Ist so, ist etwas umständlich. Das ist eklav. Oh, wir sind sogar... Schlimmer war das... Das war mal noch schlimmer, als ich meinen Tisch da tief hatte. Oh, shit, Alter. So. Einfach Scheiß. Sie haben nicht geantwortet. Ich hätte ja FFA gemacht, wenn sie kein Team sind. Aber machen wir jetzt schon so ein bisschen getrennt. Hast du? Ne. Ja, cool, wenn du es sagst. Oh, andersrum. Zwei Herzen. Ha! Huh. Sheesh. Good game. Das war's. Die Folge vom Freitag, glaube ich. Ernestag? Gut. Dann verabschiede ich mich. Alles klar. Soxplace hat sich spontan dazu entschieden, auszutimen. Zum guten Timing. Es war ein gutes Timing zum Austimen. Ich bin doch lustig. Ich schneide das Ganze jetzt mal. Und... Das war jetzt ein First Try, Leute. Dafür gebt mal ein Like. Lass mal ein Like da für ein First Try. Ja. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020